Zur gleichen Zeit auf der Wache. Ich habe doch tatsächlich meinen Urlaub, wenn ihr mich bekommen. Das war auch so ein Problem, das hatte ich dir doch erzählt. Und wo geht es jetzt hin? War es schon? Nee, wir wissen es noch nicht so ganz. Wir schauen mal. Hallo. Ach, was ist denn mit Ihnen los? Entschuldigung, ich bin total aufgeregt. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin die Elke Johann. Frau Johann. Ja, ich wollte Anzeige erstatten gegen eine Lehrerin. Wie sind Sie denn jetzt überhaupt hier reingeschoben? Ja, ich habe geklingelt und man hat mir direkt gesagt, ich soll durchgehen. Das ist eigentlich unüblich. War das der Kollege da vorne? Ja, sicher. Wie soll ich sonst hier reinkommen? Okay. Ja, dann nehmen Sie Platz. Setzen Sie sich mal hin. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Sie wollten eine Anzeige erstatten. Ja, ich bin heute Morgen in die Schule gekommen. Und da habe ich jetzt hier so ein paar Flyer gefunden. Und ein großes Plakat. Und es scheint so, als wenn Sie sich jetzt hier irgendeine Lehrerin von mir besprechen lassen wollen. Also ich bin seit zehn Jahren an der Schule. Wir haben eigentlich auch einen guten Ruf. Den haben wir uns super aufgebaut. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen noch den Hausmeister und eine Referendarin rausschmeißen müssen. Und jetzt habe ich gedacht, das Problem ist erledigt. Weil wir hatten da so Unstimmigkeiten. Ja, und jetzt scheint hier eine Kollegin... Sie sind sich auch sicher, dass das eine Kollegin ist hier? Ja, ich habe die Nummern verglichen. Die Frau Kahl, ja? Ganz genau. Frau Kahl, sorgen Sie dafür, dass mein Sohn zwei Noten besser in Mathe steht. Wir überweisen Ihnen sofort 250 Euro auf Ihr Konto. Und ich habe sie jetzt heute Morgen versucht, auf dem Festnetz zu erreichen. Die geht aber nicht dran. Die hat sich krank gemeldet. Ihr Sohn hat nun ein Gut auf dem Zeugnis. Jetzt bin ich auch völlig konfus und habe versucht, die heute Morgen anzurufen. Sagen Sie doch mal die Nummer. Moment, ich habe die natürlich nicht auswendig. Also Sie haben sie angerufen und die ist nicht drangegangen? Da ist die Frau Kahl. Ja, okay. Du lässt sie doch mal zur Wache bestellen. Ja. Die hast du erst an. Kahl? Kahl, Sandra Kahl. Hast du was zu schreiben? Ja, ich habe was zu schreiben. Tobias Hübner erreicht die Lehrerin auf ihrem Festanschluss. Und schon wenig später erscheint die Pädagogin auf der Wache Köln-Mülheim. Der Polizeioberkommissar spricht erst einmal ohne die Schulleiterin mit der Beschuldigten. Was habe ich jetzt damit zu tun? Es ist praktisch so, dass Sie Inhalt dieser Flyer sind. Und offenbar hier suggeriert wird, dass Sie Schülern bessere Noten geben gegen Bezahlung. Wie kommen Sie denn da drauf? Aber das würde ich doch niemals machen. Das ist doch mein, als Lehrerin sowas kann ich mir doch nie in den Sinn, mich da irgendwie bestechen zu lassen von den Eltern. Wie das zustande kommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist das, was Frau Johann in der Schule vorgefunden hat. Nein, also sowas mache ich nicht. Das ist nicht von mir. Können Sie sich das irgendwie erklären, aber das sind offensichtlich Nachrichten mit Handy verschickt? Ja, Moment, ich habe mein Handy doch gar nicht. Mein Handy ist doch, ich habe es ja als gestohlen gemeldet. Vor ein paar Tagen hier, also... Hier bei uns? Ja, bei Ihnen hier. Vor zwei. Moment, ich bin seit drei Tagen wenig krank zu Hause. Da habe ich Kreml als gestohlen gemeldet. Okay, heute ist ja... Okay, gut. Dann schaue ich mal gerade rein. Also, das kann nicht viel mehr sein. Tatsächlich, ja. Hier steht es. Am neunten. Also, ich meine, ich kann sogar, wenn Sie möchten, 250 auf Ihr Konto. Ich kann Ihnen mein Konto zeigen. Da ist kein... Da werden Sie sehen, dass da nichts drauf ist, wenn... Ja, ich meine, wenn Sie es einmal machen wollen, dann... Ja, also, um da was zu beweisen, also... Ja, ich habe die Alibis der Frau Kahl überprüft. Das Online-Banking wies keine positiven Einkünfte auf. Sicherlich kann das auch bar übergeben worden sein, das Geld. Aber insgesamt war Ihre Aussage sehr homogen und in meinen Augen auch glaubhaft. Wir müssen letztlich natürlich noch klären, wer ein Motiv hatte und dahinter steckt. Was, was, was gibt das jetzt? Also, ich meine... Ist das schon... Was für ein Handy war denn das? Das war nicht so eins mit so einer rosa Hülle oder so. Doch, genau. Eine pinke. Anscheinend hasst jemand die Lehrerin so sehr, dass er ihr Handy stiehlt, um die Nachrichten zu schreiben. Ein Handy wurde erst vor kurzem auf der Wache abgegeben. Ist es das hier? Ja. Okay. Das wurde von einem Herrn hier abgegeben bei uns an der Wache. Ich erinnere mich nämlich. Der hat gesehen, wie ein junger Mann das weggeschmissen hat ins Gebüsch. Und er hat es dann halt aufgesammelt und hier bei uns abgegeben. Also, der junge Mann soll so 18 bis 20, 1,80 Seitenscheitel, braune Haare, braune Augen. Ja, das ist das, was ich jetzt gerade noch so in Erinnerung habe. Aber damit können Sie wahrscheinlich nicht so viel anfangen, oder? Na ja, also wenn wir das jetzt auf sowas hier beziehen, da fällt mir da schon jemand ein. Das kann ein Schüler von mir sein. Das kann der Florian sein. Florian? Mit dem gab es Probleme, oder wie kommt das auf den? Ja, also der Florian, der hat schon oft bei Klausuren abgeschrieben. Und ich musste dem ein paar Verwarnungen geben. Ich musste ihm auch schon mal ein Ungenügend geben. Mhm. Und da ist der nicht so gut auf mich zu sprechen. Kriegen wir den irgendwie erreicht, den Florian Schmidt? Na ja, ist ja jetzt Schule. Also er müsste ja eigentlich jetzt im Unterricht sein. Das heißt, wir würden den in der Schule anrufen und mal schauen, ob er hier herkommt. Genau, setz dich mal kurz hin. Ja. Sind wahrscheinlich ein bisschen, ja, ein bisschen verwundert, warum Sie jetzt hier auf die Polizeidienststelle bestellt worden sind, oder? Ja, ich war gerade auf dem Weg zur Schule, jetzt wurde ich hierhin bestellt. Worum geht's denn? Es geht darum, dass, ja, so ein bisschen der Verdacht nahe liegt, dass Sie ein Handy gestohlen haben. Da geht's konkret um die Frau Karl, die ihr Handy vermisst. Und es wurde ein Handy hier auf der Wache hinterlegt, beziehungsweise abgegeben. Und diese Beschreibung, die der Finder abgegeben hat, der passt sehr, sehr gut auf Sie. So, und jetzt ist es... Ich? Ja, genau. Und jetzt ist es halt so, dass wir vermuten, dass Sie was mit der ganzen Sache zu tun haben. Hier sind auch so ein paar Nachrichten verfasst worden. Ich kann Ihnen die mal kurz vorlesen. Äh, da steht, Frau Karl, sorgen Sie dafür, dass mein Sohn zwei Noten besser in Mathe steht. Wir überweisen Ihnen sofort 250 Euro auf Ihr Konto. Ähm, genau. Und, wie gesagt, jetzt liegt der Verdacht so ein bisschen bei Ihnen. Und deswegen würde ich ganz gerne bei Ihnen mal Fingerabdrücke abnehmen. Ja, aber davon weiß ich, also, diese Sachen, die Sie da haben, habe ich noch nie gesehen. Also... Der Polizeikommissar hat den Eindruck, dass der Schüler sehr nervös ist. Und was wenig später durch die Fingerabdrücke des 18-Jährigen ans Licht kommt, spricht Bände. So, Herr Schmidt, jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Okay. Gut, dass wir doch noch die Fingerabdrücke genommen haben vom Handy. Weil jetzt wissen wir nicht ganz genau, dass Sie das Handy in der Hand hatten und auch entwendet haben, das Handy. Ja, ich denke, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mal reinen Tisch zu machen, ne? 99,999 Prozent. Das ist... Ja, also, vorhin waren Sie noch verdächtiger. Ab jetzt sind Sie beschuldigter im Strafverfahren. Dass Sie das wissen vom Status her, ja? Ja. Okay. Gut, also, ich habe die Nachrichten verfasst. Ich habe die... Weil die bescheuerte Frau Karl, also, meine Lehrerin, hat mir die ganze Zeit schlechte Noten, 16 und so gegeben, einfach nur, weil ich ein, zweimal abgeschrieben habe. Das wollte ich als Streich von meinem Handy aus schreiben. Also, ich habe die Nachrichten verfasst. Und, ja, also, dann habe ich die in der Schule verteilt, damit ich der Frau Karl eins auswischen kann. Damit die mir nie wieder schlechte Noten geben kann. Insgeheim hat der Schüler aber ein anderes und viel heikleres Motiv für seine Tat. Der wahre Grund des 18-Jährigen kommt durch einen lautstarken Streit zwischen der Schulleiterin und einer Referendarin ans Licht. Um was geht es denn hier? Ja. Sandra hat uns erwischt. Moment, darf ich da mal zwischengehen eben? Also, das muss ein Missverständnis sein. Ich habe sie vor ein paar Wochen beobachtet und habe sie mehr oder weniger in eindeutigen Situationen mit Florian erwischt. Und ich habe sie deswegen zu mir ins Büro gerufen und sie rausgeworfen, weil das dulde ich an meiner Schule nicht. So, was geht nicht. So, also, jetzt nochmal zusammenfassend. Und Sie beide, Florian, sind Sie und Sie haben ein Verhältnis. Oder was haben Sie? Sagt zumindest so aus, ne? Ja, Liebschaft, Affäre, wie soll man es nennen? Lehrer, Schüler, geht natürlich nicht. Das können Sie sich aussuchen, wie Sie das jetzt nennen. Vielleicht sagen Sie auch nochmal was dazu. Also, ja, ich habe halt gesagt, dass ich die Nachrichten von meinem Handy verfasst habe. Damit, dann kann ich sie halt schützen. Und, ja, du hast mich reingeritten, Florian. Du hast mir das untergeschoben. Das heißt also, darf ich ganz kurz nochmal einhaken, Entschuldigung. Das Motiv dieser ganzen Geschichte hier ist eigentlich, dass Sie wollten, dass die Lehrerin jetzt rausfliegt. Ja, sie soll ja das Gleiche erleiden, was sie mir angetan hat. Ich dachte, sie war die Einzige, die uns dabei erwischt hat. Gut, Sie merken ja ganz offensichtlich, dass das wohl nicht so war. Die junge Referendarin und der Schüler, mit dem sie eine Affäre hat, werden wegen Verleumdung angezeigt. Außerdem wird der 18-Jährige wegen Diebstahls belangt. Und, ja, ich glaube, das ist jetzt so, dass sie heute wiederholfen, was sie sich nicht verletzt hat.